So, Simon, bindest du mal? Oder wie man das nennt? Ey, ich will das jetzt sehen, verdammt. Ich auch. Bist komplett im Achtung, da? Ja, ist halt wieder. Aber ich hab hier noch schwarzes Hemd und Sattung. Bitte hörst du ja alles zu, so ihr nächsten hier. Ist halt cool. Erste Ringe, der ist halt die Schnauze. Erste Ringe, der ist halt die Schnauze. Erste Ringe, teile halt die Schnauze. Stopp! Herr Busfahrer, fahren Sie mal bitte los. Ey, ich hab gesagt, wir leben in einer Diktatur, da gibt es keine Diktatur. Also! Wollen Sie mal eine Idee von euch? Ja, also! Wer geht drüben in einer Puh? Oh! Warte! Dann fahren wir nicht los! Ich will ja gut oder was? Richtig süß! Ha, 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 ha! Also, Feulti! 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 Oh, zurück! Hm? Aber ich freue mich jetzt hier wieder! Heute Abend, hoffentlich! Oh! Wie wollen wir jetzt hier wieder? Okay, wieder! So – was ist hier? Oh! Der main thing! Hoi! Hey! Wir müssen nur anstoßen! Wir kommen jetzt! Hast du uns mal mehr fotografiert? Okay. Okay! Feulti! Okay, wir grönen alle mal! Ey, wir sollten die Dings müssen! Ey, Grönemeyer! Oh, das ist mies! Pele! He-he-he! Erzählst nicht mit! Willst du eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Auf der Halle, da. Besser. Zeig's schon durch. Hey! Zeig's schon durch. Hey Dennis, willst du raus? Dann lass dich ans Fenster. Ich mach euch einen Runde schnappen. Ja, liebe. Wache Liebe. Oh Mann, ist die Liebe voll. Blaues Licht, Alter. Was macht das? Weiter, weiter. Geh mal durch. Noch ein Stück, Dennis. Mach mal noch einen Schritt. Oh, Disco-Volante! Hast grad ein Video? Hört mir jetzt alles zu, ja? Dennis! Der Kerr steht voll gerne mittel zu den Anzeigen. Das ist also gut erkannt, Alter. Ganz kurz. Lichtwerker, mein Freund. Ich hab ein Video. Digga, mach mal jetzt deinen Vortrag, ich mach ein Video. Los jetzt, Vortrag. Ich hab kein Vortrag. Lauter, Herr Busfahrer. Ich bin total überfordert. Ich bin total aufgeregt auf einmal. Ich bin total aufgeregt auf einmal. Ich bin total aufgeregt. Ich danke meiner Familie. Schia, einen Menschen Termin. Alle, die, ähm, dass die dich heute ausgelassen haben? Gott, Gott, den ich nicht glaube. Ja, ja, ist doch so, diesen kleinen Pisser, ey. Was? Ohhhh! Wir sind eine Gesellschaft, wo unsere Eltern großgeworden sind. Ja, wir sind eine Gesellschaft. Es ist doch so, es ist doch so. Es ist so, Mann. Ja, wo ist er? Kleidt er mich ab? Kleidt er mich ab? Nein! Nein! Simon! Nein! Sie? Nein! Kleidt er mich ab? Nein! Er? Nein! Wer kleidt mich ab? Los! Wer kleidt mich ab? Ja, kleidt mich ab! Wer kleidt mich ab? Wer kleidt mich ab? Wer kleidt mich ab? Wer kleidt mich ab? Falkklapp? Nein! Sie? Nein! Sie? Nein! Wer kleidt mich ab? Los! Wer kleidt mich ab? Bäm, 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 bäm! Na, wer kleidt mich ab? Frankfurt! Ey, kannst du das nicht aufstehen? Guck mal, jetzt hat er die Musik ausgemacht. Ja, los! Habe ich mir schon alle verkackt? Verkackten Pisser, ey! Ja, habe ich... Ich weiß nicht an. Habe ich oder habe ich nicht? Ey, weiß nicht, als ich dir irgendwas empfinde, wo das alles klappt, oder? Alex! Er macht Videos. Ich zähle die zwei, ich bin nämlich schwanger. Ich mach dir mal. Ich mach dir mal!